Moin, ich bin's, euer Eiko. Ich bin auch am Wörthersee und ich wollte hier eigentlich nur Urlaub machen, aber jetzt direkt ein Video. Tschüss, viel Spaß. Zimmer Hortensie. Oh, das riecht ja schön hier. So, kurze Roomtour von den anderen Chaoten hier. Geschenketag. Welche Sonnenbrille willst du? Mit der kannst du Handy entsperren, das ist ganz geil. Hier wird das Winterschuhwerk angezogen. Sehr empfehlenswert hier. Meine Makatusins, nenne ich sie mal, 25 Euro hier im örtlichen Markt. Die sind richtig schön durchlüftet. Machen guten Fuß. Tschüss. Wetter ist bombastisch. Ist ja wieder nicht zu fassen, die Assis, ne? Drop Tops am See. Kennzeichenposition. Ist da. Aber lass bei deinem Kaltstart hier die Front heilen, ne? Kannst du mal eine Rückleuchte mit rein? Ja, warte kurz. Geil, noch ein Blick. Ah, ist geil. Tschüss. Felgen könntest du aber nochmal waschen, ne? Ehe nicht. Oha, Zallo hier wieder mit dem Freischwimmersattel unterwegs. Oh, oh, peinlich. Alle Kameras laufen, kann losgehen. Zallo, was machst du da? 5,5 war versus 4,4. Zallo. Zallo. Max zerstört Zallo's Breitbau. Maxi traurig. Hä? Einfach gut gehen lassen, ne? Gut gehen lassen. Das ist hier das Motto. Ah, ja. Polen, Digga. Ja. Ja. Geiler Content, Max. Geiler Content. Sie fahren uns bitte nach. Ja, eine Wegverschrung hat in der Polizei kommt. Zallo schon wieder auf 21 Zoll unterwegs, ne? Oh, Mann. Hm, 20 Zoll eingetragen. Kacki. Ich sag's Ihnen so, wie es ist. Ähm, jetzt muss die Leute halt dafür halten wollen. Jetzt stehen wir uns hier die Füße in den Boden, ne? Da hinten Probleme, hm. Prost. Ja. Ich hab mein, äh, Fruchtsaft schon ausgetrunken. Ja. So. Cops sind weg. Zallo hat's geschafft. Können wir weiterfahren? Achso, Max hat das Auto noch zerstört. Das ist natürlich auch geil. Gerissen oder was? Ja. Alter. Kauf die Möhre einfach. Was sagst du? Kauf das Teil. Okay, weiter geht's. Geil, geil, geil. Scheißegal. Geil, geil, geil. Ich hab E36er Coupé. E30er Limo. So, Freunde, jetzt kommt hier die Alpenstraße. Fühlst du schon? Naja, das ist eine private Rennstrecke, ne? Ja. So, Zallo, du alter Rennfahrer, ne? Dann zeig mal, was dem hier steht. Jetzt schneid' euch mal an, Max. Machen wir das nicht. Ordentlich heiß gefahren, das Ding hier. Geil, geil, geil. Geil, Breitbau. Geil. Wow. Max, wie wär's mit einer C8? Bestell' doch mal, dann ist sie vielleicht übernächstes Jahr da. Schön. Und Timo, C8? Ja, Mann. Feierst du? Was sagt ihr, Leute? Soll sowas kommen? Wie viel Meter, Max? 1680. 1680 Meter. Mmh, lecky. Hier ist er auf dem Tisch. Mach' ich los. Loser. Give me the boost one more. Give me the boost one more. Give me the boost one more. The GTI. Auf ihr Rennstrecke. Wuhuuu. Freuron, ne? Du kannst Ron an alles ballern. Turfron. Tschüss. Heute stein, habe ich Schaps im Überfluss, diese Vete ist so geil, VVW steht auf dem Grill, ich scheiß auf den Silberpfeil, wir singen nur. Ich finde die auch gut, Digga. So, warten, dass sich jeder wegschießt, ne? Macht mal bisschen Lärm hier. Ja. So Zalo, so wird's gemacht, ne? Ich will einfach nur meine Ruhe damit. Endlich. Geil. Ist der der Supra? Wuhuuu. Zalo. Turbo Zalo. So, wer findet auch, dass dieses Dach irgendwie nicht fertig ist? Ob's bei euch auch so geil ist? I doubt it. Geil, 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 geil. Einfach geil. Kollege Aiko. Aiko. Lass mal kurz die Aufnahme von, äh, Polizei, wie wir das realisieren, was wir da hinlassen. Ja. Enrico ist jetzt auch da. Moin, moin. Er droppt das Ding mal bitte kurz. Aber, aber, aber hier, hier nicht, nicht an ihn hier weiterleiten, ne? Ich krieg noch ne, ich krieg noch 10 Euro. Tschüss. Wer ist ein Streber? So schneidet Zalo Videos. Lesebrille. Wir haben, was soll ich sagen? Jo, danke. Tschüss. Sag mal, wie nannte man dich früher? Die Wespe. Die Wespe? Ja. Weil du so schnell bist, ne? Weil du so schnell bist, ne? Weil du so schnell warst, ne? Da gibt's noch was. Da gibt's noch was. Da gibt's noch was. Schwinge an. Timo, wer hast du in der Kakel noch mal gemacht? Weiß ich nicht, Digga. Wie, zeig doch mal. Kann mich nicht erinnern. Ich mach den Guck. So, Kunde, sag mal was, was meinen jetzt. Hä? So, Kunde. Und dabei haben die schon alle gesoffen und ich noch nie einen Schluck. Okay, let's go, baby. Let's go. Guck dir irgendwas, sieht komisch aus. Wie? R32, weil Leo rückrollen. Hast du noch nicht gesehen, ne? Weil Leo rückrollen rückrollen rückrollen. Boah, hast du ihn kennst du? Halt mal rauf. Komm, hast du geile Scheine dachten. Da hast du geiles Ding. Hast du Mühe gehenden? Oh, der hat mir rückrollen. Der hat mir rückrollen. Der ist auch geil. S7 find ich auch geil. Okay. Aber ich glaub wir kriegen nichts zu essen. Jo, danke. Hier waren wir heute Morgen drin. Das wäre krank. Oh, ein wunderschöner Morgen! Schön! Wie geht's euch? Oh, nö, der sieht so fit aus. Okay, tschüss. Alter, hier schon wieder fleißig im Schnitt, da! Machen wir deine Placements hier später? Das knallt so hart. Und Timo, wie geht's dir? Gut, gut. Das sieht man. Moin, Moin! Mein Lieber! Ah ja, chillig! Stabile mobile. Das sind also diese Influencer. Und so wird hier geschnitten, ne? Oh, ist so romantisch. Ich hab hier ein schönes Hemdchen an. Ja, du hast echt ein schönes Hemdchen an. Danke. Ja, und heute dicke YouTuber-Party, ne? Hab ich gehört. Alle sind da. Jasmin. Jasmin, äh... Ich glaub, echt, da ist das, wie sagt man das? Who is who? Ist dort anzutreffen. Bin sehr gespannt. Ich auch. Also, wenn Dr. Kalibra da ist, dann komm ich auf jeden Fall. Das ist eine Tanz im Kiel. Ich glaub, der Klub rein ist. Das war eine Tanz. Ja, ja. Hupelsohn, Dr. Kalibra. Okay, bis gleich. Boost is my drug. Turbo Zalo ist hier. Freunde der geflinkten Unterhaltung. Freunde der geflinkten Unterhaltung, hier ist er wieder. Euer Turbo Zalo. Boost is my drug. Zalo is my drug. Pass mal auf das Content. Es stinkt und läuft nicht ab. Boah, stinkt das hier ab. Das Mittel für seine Verstopfung. Jetzt musst du mit Ende. Ich dachte, das ist AG1. Tschüss. Bisschen zugezogen, das Ding hier, ne? Machst du denn jetzt mal so Marcell-Szenen rein, so wie Borg? Marcell? Ich versuch mein Bestes, das so ein bisschen Monster-Blog-mäßig zu machen. Egal, wo du... Oh, hallo. Wer bist du denn? Ja. Sonst könnt ihr mir auch einfach nachher ein Pempel oder so vor die Tür stellen, dann mach ich das zwei Mal. So. Ausgewogene Ernährung, ne Timo? Das ist alles. Schön. Das Tomatensaft. Na jo. Entspannend. Guck mal, die goldenen Felgen. Warum geht das scheiß Fenster nicht, Bruder? Ja. So schränkig. Schwiegende Mängel. So, Borg, was machen wir überhaupt hier, ne? Ja, mal im Einkauf noch. Ein bisschen Posen und ja. Ja, heute ist Freitag, Anreisetag, deswegen ist das ein bisschen voll hier. Oh, schöner Corrado, ne? G60. Schöner Lambo. Sehen und gesehen werden, ne? Hier GTR, da GTR. Geiles Blau. Geiles Blau. Geiles Blau. Geiles Blau. Geiles Blau. Ja. Geiles Blau. Lass uns die Rückleuchten anschauen. Bitte. Warte, 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 warte. Ach so. Leo soll noch kommen. Kommt noch, ne? Soll noch kommen, ne? Soll noch kommen. Das ist ja in der Szene, ist das ja, ist das das Ding, ne? Ja. Da schecke ich, ob das ein echter ist oder nicht. Was ist das für eine Farbe? Candy Red, oder was? Das ist True Blood von TechWeb. Du hast ja Laser Blue, ne? Ja, Laser Blue, ja. Du hast ein Fahrwerk drin, ne? Ich hab ein Fahrwerk drin, ja. Ach, der ist auf Luft? Ja, ja, ja. Bobby. Alter. Das ist eigentlich von Kontext, nur das ist quasi ohne Multifunktion. Timo, das ist ein bisschen sprachlos, ne? Da muss ich sagen, BMW, da würde ich auch ein BMW fahren. So, endlich mal AMGs hier! Oha! Jetzt geht's los. Ja, das geht ein 70er. Ich bin schuld. Ich hab gar nichts gemacht. Ja, 70 Euro, komm. Scheiß drauf. Weiter geht's. Tschüss. Sorry, tut mir leid. Gar nichts gemacht. Nur ein YouTuber sein. Tschüss. Moin, moin. Da ist Aiko. Woberg, was sagst du? War das schon mal so voll hier? Ne, ne? Ne, bis jetzt noch nicht. Ich bin für die Jahre hier, aber es ist auch nie so voll wie heute. Wir haben dort noch mal einen Platz gefunden, ne? Wo ist mein Pokal? Winkler Messi. Besser geht die. Wo ist mein Pokal? Du hast den besten getrunken. Ich hab ihn. Wer ist das Ding? Hier ist Enrico aus dem Osten, repräsentiert hier den Jogginghosen-Style. Das war's hier von Aiko. Und tschüss. Warte. Ich hab euch lieb. Warte. Was denn? Ja. Ne, ich lieb. Tschüss.